Drei Adjektive die mir zu Humano einfallen. Holistisch, relevant und alltagstaublich. Sie ist frisch, sie macht Spass und sie motiviert mich. Ich bin der Tobias Adler, bin 33 und komme aus Basel in der Schweiz. Ich bin die Belinda Fuhrer, bin 37 und komme aus Zürich in der Schweiz. Wir von der Helsana sind der grösste Krankenversicherer in der Schweiz. Es war von Anfang an ein Match. Unser Bonusprogramm und dann gab es Humano, wie zwei Puzzleteile füreinander. Dient der Cashout als Motivator für eure Versichertin? Also er ist ein Antreiber, um irgendwo auch dran zu bleiben, längerfristig sein Verhalten zu verändern. Haben wir auch gerne, oder? So ein kleines bisschen was in der Tasche. Wo ich mir dann selber wieder was Gutes tun kann oder eben auch dann gleich wieder in meine Gesundheit investieren kann. Wir haben jetzt einen Touchpoint zu unseren Kunden, der funktioniert täglich. In einer unglaublich großen Art und Weise wird diese App gebraucht. Was mich extrem motiviert, ist wirklich, dass wir Mehrwert für unsere Kunden schaffen können, dass wir ihnen beistehen können, wo sie uns auch immer brauchen. Ganz kurz kann man sagen, wir sind engagiert für das Leben unserer Kunden. Dass so viele Menschen ihren ganz individuellen Grund finden, die App zu gebrauchen und das Tag für Tag für Tag hinaus immer wieder aufs Neue. Ich kenne keine andere App, die ein so gutes Angebot kombiniert und das auch so viel Spass macht. mit dem denn Bis zum nächsten Mal.